So, heute im Test die Vipass 36 Stück von Leslie Feuerwerk. Ein neuer Knallkörper im Spanish Cracker Design mit CE-Nummer und BAM-Nummer hier, BAM F21144. Das Ganze produziert von der Firma CHI mit einer Gesamt-NEC von 61,2 Gramm. Schauen wir uns mal ein paar Teile an. Kleiner Karton, kleine Böller, ungefähr ähnlich groß wie die roten Corsars von Fire Event. Wie gesagt, im Spanish Cracker Design mit so einem kleinen Zipfel hinten dran. Schaut auf jeden Fall ganz gut aus. Die Lunte ist hier drin im Papier versteckt. Gucken wir mal in die M-Angabe vom Einzelnen. Nein, leider nicht. Schade. Sollen angeblich oben und unten mit Gips zugemacht sein. Also muss man ein bisschen vorsichtig mit sein. Wegen den Gipsfropfen. Machen ansonsten aber einen guten Eindruck. Würde ich sagen, gehen wir sie einfach mal testen. Ich meinte, boah. Ey, bisschen größer, ja. Also... Die Grafik... Die Grafik... Die Grafik... Sieht nicht hin... Bis zum nächsten Mal.